Tag Leute und willkommen zurück bei The Division mit Mark Hei. Servus. Oh, hier schöner Ausblick, ne? Ja, hier hat die letzte Mission geendet. Stimmt, ja. Und da dachten wir hier, gucken wir mal ein bisschen aus der Vogelperspektive auf diesen Straßenzug herunter. Ich habe eine neue Waffe, das kann ich euch gleich mal zeigen. Falsches Menü, jetzt gehen wir hier rein, so. Eine Vektorkaliber 45 Taktik. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ist soweit ganz cool, hat relativ hohen Schaden für eine Schnellfeuerwaffe. Aber, ja gut, ich bin halt mehr so am Snipen, ne? Ähm, neue Rüstung habe ich auch bekommen. Brauche ich allerdings, glaube ich, gar nicht. Das kann ich mal zerlegen. Äh, was haben wir denn noch hier? Handschuhe. Die Trekking-Handschuhe, ja, die nehmen wir natürlich. Die Beschichteten, die tun wir mal weg. Wunderbar. Ja, können wir schon losgehen. Dann werde ich jetzt einmal kurz die Mission anwählen, die wir jetzt machen wollen. Wir wollen nämlich eine kleine Nebenmission wieder machen, die hier direkt im Block ist. Deswegen lasse ich jetzt mal kurz eine Sequenz ablaufen. Daten gescannt. Lade Dateien. Das medizinische Personal hat nicht viele Mittel. Uns fehlen unglaublich viele einfache Dinge, wie zum Beispiel Schmerzmittel. Ich habe hier einen Plan B. Ich kenne, kannte einen Pfleger. Er hatte den Ruf, immer harten Stoff zu finden. Und mit finden meine ich... Ach, ist doch egal. Normalerweise möchte ich ihn nicht wieder treffen, aber er scheint eine gute Quelle zu sein und wir brauchen dringend Medikamente. Finden Sie ihn. Fangen Sie in seiner Wohnung an. Okay, die Sequenz ist abgelaufen. Magst du mich mal heilen? Äh, wollte ich gerade, mich neben dich gestellt, wollte heilen, aber dann bist du weggerannt. Oh. Das ist für mich geil. Guck mal, da ist ein Elektronik-Store. Ja cool, dann können wir dir was kaufen. Guck mal, ist alles kostenlos hier heute. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal Elektronik einzusammeln. Solche Geschäfte haben auch gerne eine Hintertür, die man noch üben kann. Ist jetzt in dem Fall aber leider nicht der Fall. Habe ich jetzt noch mehr? Einmal grüne Elektronik. Böh. Okay. Ähm, dann wieder raus, ne? Ja. Wenn ich das korrekt gesehen habe, ob im Moment eine Zivilistin die Hilfe braucht, brauchst du denn? Einen Müstenriegel habe ich nicht. Hast du mal einen Müstenriegel für die Gute? Ja, habe ich. Kriegt sie. Die meisten sind jetzt geizig. Sie nicht. Ist da noch Loot? Ja, so ein Nackenwärmer oder was auch das immer sein soll. Ich guck mal kurz rein. Ähm. Wo kann das gewesen sein? Vielleicht beim Aussehen oder sowas vielleicht? Ja, da kriegst du oft Zeug für Aussehen. Okay, Laufstiefel oder Wildleder Sneaker. Dann nehmen wir mal Laufstiefel. Die habe ich jetzt noch irgendwie... Ja, gut. Okay. Gehen wir weiter zur Nebenmission. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, müssen wir da mitten durch ein Kampfgebiet durch. Ist das korrekt? Ähm. Habe ich jetzt nicht gesehen. Muss ich mal gucken. Ähm. Ja, müssen wir. Schön. Na ja. Nehmen wir doch gleich alles mit, ne? Ganz oder gar nicht hier, ne? Jetzt sind wir wieder bei kleinen Müllhaufen. Ach ja, stimmt. Schön. Immerhin alles farblich stimmt. So direkt neben Taxi und so und hier direkt neben irgendwie so ganzen gelben Zeug, ne? Aber es sind überwiegend gelbe Säcke, ne? Also eigentlich nur Plastikmüll. Da dürfte es eventuell nicht ganz so sehr müffeln. Was ein bisschen schade ist, man kommt in kaum ein Gebäude rein, ne? In dem Spiel. Ja gut, also ähm. Ja, sie öffnen sich nur dann, wenn Missionen... Oh, warte mal. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Da sind schon welche. Die haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns. Bitte kommen. Ja, wir hören euch. Bei den Typen mit den Granaten habe ich ja schon mal ausgeschaltet. Hier ist noch einer. Kleiner. Kleiner. Mal wieder Kleiner. 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 Ich glaube, die sind jetzt Standardgeek, ne? Bestand. Oh, der Typ ist festgesetzt, aber er will sich irgendwie nicht raustrauen. Ja, ich bin unglaublich froh, dass ich auch auf meiner M4 ein Visier drauf habe mit 12-fachem Zoom. Ja, das ist natürlich echt von Vorteil, ne? Shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Schon wieder. Oh, da kommen die nächsten Freunde. Allerdings ist es natürlich deutlich ungenauer, als ich so ein Repetiergewehr. Aber... Zoom ist Zoom. Viel hilft dir. Nehmen den Linken. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, schon wieder. Nochmal. Von hinten. Oh, das sind aber ein paar, ne? Algier. Na als Höfein. Kann derm wellen davon Born. Oh, ausschließlich Ggener ist jetzt hier. Oh, da kommen jetzt aber welche. Einer ist noch da. Hast du den da hingepaziert? Ja, weil wir da zwei Cleaner umlaufen waren, deshalb habe ich den heute in die Seite gesichert. Naja, Bereich gesichert ist das aber noch nicht ganz. Hier kommen ja noch einige Gangster, ne? Mal wieder geheilt. Danke. So. Ja, der brennt ganz gut. Au. Ich bin ziemlich out of ammo. Ich habe auch nicht mehr allzu viel. Gehe jetzt mal für diesen Kampf auf meine Reservewaffe. Alter, diese Cleaner, da kommen doch schon wieder welche. Weil da habe ich nämlich noch 7 Minuten Schuss dabei. So. Oh, jetzt müsste es aber gereicht haben hier, oder? So, was hat der Gute hier? Da waren ja nur ein paar Handschuhe dabei. So, das war jetzt die Kampfszene, aber die Nähmission haben wir immer noch nicht, ne? Die haben wir noch nicht erreicht. Ja, da gehen wir jetzt. Moment mal, hier liegt noch etwas für mich. Wow, das Wetter ist jetzt mal richtig geil, ne? Ja. Das sieht echt schon krass aus, ne? Da muss ich mal angucken. Der erste richtig sonnige Tag macht den ich hier. Wir müssen hier rein, ne? Denke ich mal. Ich habe gerade so ein bisschen... Oh, das ist aber dunkel hier. ...in den Questplot verloren. Hier? Ich glaube, hier müssen wir rein, ja. Oh shit, ey. Hier ist aber ganz schön dunkel, ne? Naja, jetzt ist es aber mal hell. Weil es draußen so hell war, hat es jetzt deutlich länger gebraucht, bis sich jetzt hier die Augen an dran gewöhnt hatten. Das finde ich ein sehr geiles Detail. Agentenspräu? Ist der Michael ein Agent, den wir finden müssen? So, erstmal wieder ein Rucksack. Mal wieder Nackenwärmer. Nehmen wir mit. So. Vermisster Agent gefunden. Eins von zwanzig. Ähm. So, was wir hier so genau machen müssen, weiß ich jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Die Spur verfolgen. Ja, gut, die Spur verfolgen, aber ähm... Hier ist eine Spur von irgendwie ganz wem anders derzeit, ne? Gina Esteban, oder wie die heißt, ne? Also mit Michael Dufresne haben wir jetzt noch nicht wirklich was zu tun. Aber vielleicht geht's ja hier rein. Ja. Aktives Echosignal geordert. Okay, Echosignal. Da. So, ich glaube, jetzt läuft eine Sequenz oder sowas. Keine Ahnung. Ne, hier läuft ein Echo. Ne? Siehst du das Echo eigentlich auch? Nein, ne? Michael Dufresne vereinbart ein Treffen mit einem potentiellen Verkäufer. Äh, Käufer, so. Michael Dufresne, aktueller Status vermisst. Komm schon, Mann. Beruf Krankenfeger. Wir haben Wasser. Hilfen und Pläne. Haftbefehl, Drogenbesitz und Verkauf. Okay, gut. Wir treffen uns wie immer an der 39. West. 39. West. Okay, gut. Guck ich doch mal auf die Karte. 39. West. Das ist genau hier in der Straße nebenan. Wir sind jetzt in der, in der 7. Avenue. 39. West. Ja, ich geh mal davon aus, dass wir da hin müssen, ne? Ich hab den Folge-Nebeneinsatz gefunden und hab ihn angewählt. Okay. Okay. Es ist neblig geworden. So, und da vorne, in 100 Metern, geht's zu Michael Dufresne Teil 2. Sollen wir dann in der nächsten Folge angehen? Ja, würde ich auch vorschlagen, aber wir kriegen hier gerade noch kurz einen auf den Arsch, ne? Wenn wir hier nichts gegen machen. Oh, auch von hinten. Oh, 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 oh. Wir haben hier gerade ein paar Cleaner wieder. Die machen wir hier noch platt. Oh, okay. Kleinen Moment hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, geht noch. Scheiße, warum ballert mich der hier ab, ey? Das ist ja auch noch so ein scheiß Gangster. Hier ist noch irgendwo einer. Hinter mir, ey. Der ballert mich einfach ab hier. Was soll denn das? Halte die Position. Okay, gut. Ich glaube, wir haben sie jetzt. Alles klar, dann beenden wir diese Folge jetzt hier, ne? Jo. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Division. Jo. Noo. Und bis zum nächsten Mal. Ho. 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 Ho.